Let's catch us some scoundrels. Who dare set foot in hell? Susano. Ach, fickt euch doch alle. I walk in the shadows. Hallo Leute! Loki ist da in Joust. Und wir sehen uns in der Runde wieder. So, wir sind da, Leute. Eine Runde ohne Facecam, I'm sorry dafür, aber jetzt gerade ist alles dunkel und ich hab grad vor das sexy rote sexy Licht. Ähm, ja, und ich hab keinen Bock gerade irgendwas umzustellen und dachte jetzt so, nehm ich nur noch auf, wenn ich schon mal Loki pick, einfach nur weil das Team schon so trollig ist wie sonst was. Und die Runde ist sowieso schon verloren. Spoiler am Rande. Ja. Da dachte ich mir gleich, hey. Mach einfach. Hebrow Instalock, nie flamed, oder ist einfach nur sauer auf, keine Ahnung, nie viel Support machen. Ich weiß auch nicht, was mit da los ist. Nee, mach gerade alles. Machen wir das, was Loki am besten macht. Clearen. Oh, wir leben noch. Oh, wir leben noch. Oh, wir leben noch. Öfsplan! Weil ich so gut bin. Ich sehe Schadles. Ach, ich geh weg. Ready to strike. Lalalalokay. Schade, war voll die gute Trap Aber ich muss ein bisschen aufpassen, denn der gegnerische Loki ist immer noch im Jungle Gehen wir aber mal zurück Also, was ist mein Plan? Penetration mit Hydros und Bloodforge Und dann habe ich alle meine Builds Oh, Niv, das ist gefährlich, was du machst Wenn jetzt irgendwer kommt und dich jetzt hier abfuckt, bist du tot Oh, die Amutzen-Ult ist down Ich habe so viel Skill bewiesen, das ist unglaublich Das war so viel Skill, ich zeige euch das nochmal in Zeitlupe Ich habe Top Damage? Wie habe ich denn das gemacht? Er wollte dich eigentlich die ganze Zeit Was ist das für ein Loki? Was war der Joki-Loki? Aber ihr seht, ich kommuniziere mit meinem Team, ja? Er meint ja nur, das ist ja schon mal Das ist schon mal Ja, ne? Das ist schon Wer wartet hier? Er geht nur schon auf ihn Soll der Rang spielen, da kann er wohnen Jetzt, äh, auch ohne der Null gerultet Oh, Afro wollte mich Die wurde, die hat schon Greedy in die Ecke geguckt Machen wir die Bank, Quascha, Bloodforge, eigentlich Hydras jetzt, ne? Und Titan Span auch krass wäre Ey, ja, 5 Minuten Loki Ja gut, wir sind jetzt auch gerade irgendwie hier in Nabels Wer aus der Schaden machen, kennt die ja nicht Das muss der auch Quangman sagen Ha Ja Schnapp ich mal eine Runde Redbath Dann habe ich mir auch verdient bei meinem Skill Dann nutze ich gleich meinen Skill und lösche ihn nochmal aus Ich hatte wieder meine 5 Minuten Sorry dafür Ich habe ja drei nicht getroffen Ich habe am Mutzengeschissen nicht gesehen Sonst hätte ich auch für ihn geholtet Warum ist das Sound eigentlich so laut? Oh, so Oh, 20 Not of us Ich bin übrigens auch am Wunsch, äh, irgendwie nachgang Ich habe ja im Grunde gelesen Ihr wünscht euch ein bisschen Clash Ähm, ja Können wir in den nächsten Noten einrichten Wir müssen Clash Und Conquest Leider Und Artemis Das ist richtig leider Ihr wisst ja, Artemis Is my Most hated God Ever Er lebt noch Ganz knappes Eis, Loki Oh, cute Man Komm mal vorne Trau dich Ich sollte nicht so große Klappe haben Die Aphrodite kann alles rausholen Mit den Armutzen Cup Denn es ist in der Afro Und, oh, die haben es verwendet Skill Level Nummer 9000 Bin echt beeindruckt Dieser Sieg ist vollkommen verdient Ich bin wirklich stolz auf mich Meine Leistung war atemberaubend in dieser Runde Unglaublich Kamahamam Was schreibt Ditt da Ach, zutze Kamehameha Heißen Meine Güte Ich spiele mit Idioten um diese Uhrzeit Danke fürs Zuschauen Für diese 300 Euro Bis denne Und ciao Danke, dass ihr euch die depressive Runde angeschaut habt Nächste Folge gibt's Clash Bis zum nächsten Mal